Habt ihr schon einmal auf die Karte von Google Street View geschaut? Dann ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass es kaum Google Street View in Deutschland gibt. Aber erstmal, Google Street View ist ein Online-Dienst des Unternehmens Google LLC, der 360 Grad Ansichten aus der Straßenperspektive darstellt. Während es aber in einigen europäischen Ländern sehr viel Street View gibt, gibt es Google Street View in Deutschland nur in ein paar großen Städten. Grund dafür ist die Diskussion über den Datenschutz. Außerdem sollen einige Gemeinden nicht das Geld für die Aufnahmen haben. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.